Jo Leute, was geht? Willkommen zurück zu Skyline Bounce. Wie versprochen heute pünktlich zum Release gibt es ein Video, wo es alle Schiffe bzw. wo es die wichtigsten Schiffe gibt, um früh im Game relativ stark zu werden. Grundsätzlich kann man sagen, dass ihr alle Schiffe automatisch durch die Hauptmission bekommt. Das bedeutet für alle, die sich nicht spoilern lassen wollen, könnt ihr auch einfach die Hauptmission weiterspielen. Die Hauptmission ist immer das gelbe Zeichen. Wenn ihr das durchspielt, dann kommt ihr ganz automatisch zu den Schiffen, zu den Blueprints der Schiffe und könnt die über die Hauptmission fast alle, nicht alle, da komme ich gleich noch zu, euch besorgen und müsst hier nicht quasi eine Abkürzung nehmen. Aber wenn ihr relativ früh im Spiel gute Schiffe haben wollt, dann bleibt auf jeden Fall dran. Wenn ihr das erste Mal nach Sand ankommt, hier auf dieser Hauptinsel, werdet ihr auch zwangsläufig hier diesen Schiffsbauern kennenlernen, der euch euer erstes Schiff nach der Dau gibt. Der gibt euch glaube ich auch die Mission für das Schiff allgemein. Die ersten drei Schiffe, die Dau, die Beda heißt sie glaube ich, ich gucke mal gerade wie sie heißt, die Beda und auch die Eskorte bekommt ihr ganz automatisch direkt am Anfang, ich glaube in den ersten zwei Stunden, durch eine Mission von dem Kollegen hier. Aber wenn ihr das erste große Schiff haben wollt, weil die Schiffe sind unterteilt in Größen, es gibt kleine und mittelgroße, irgendwann später wird es bestimmt auch noch große geben, aber aktuell gibt es kleine und mittelgroße. Und wenn ihr das erste mittelgroße Schiff haben wollt, den Bomber, dann könnt ihr das schon relativ früh machen. Alle Schiffe haben eine Mindestvoraussetzung eures Ruhms, für alle die das Spiel gerade erst gestartet haben und ein wenig überfordert sind mit den ganzen Begriffen. Der Ruhm, den könnt ihr hier sehen bei euren Piraten und dort gibt es verschiedene Ruhmstufen und die erste Ruhmstufe, die euch ermöglicht, ein mittelgroßes Schiff zu erstellen und zu fahren, ist Brigant. Brigant war übrigens auch in der Beta die höchste Stufe, die man erreichen konnte, aber sobald ihr die Stufe Brigant habt, könnt ihr das erste mittelgroße Schiff erstellen und das ist wie gesagt der Bomber. Und für den Bomber braucht ihr natürlich auch den Blueprint und den Blueprint könnt ihr eigentlich so wie bei allen Schiffen, die ihr noch nicht habt, verfolgen. Hier unten seht ihr das, Bauplan verfolgen und hier steht auch immer, wo es den Bauplan gibt, aber dafür habt ihr auch mich. Den Bomber gibt es in der nächsten großen Stadt in Niederländisch Indien und zwar hier in Telok Penjara. Dort kommt ihr automatisch theoretisch mit der Story hin, wenn ihr bei Skurlock Missionen abschließt, kommt ihr hier irgendwann automatisch hin, kriegt einen Questmarker und ihr sollt da hinschippern. Aber dort könnt ihr auch schon relativ, also eigentlich sofort hin, auch mit der Dau theoretisch würde ich aber nicht empfehlen, aber mit dem ersten etwas größeren Schiff könnt ihr hier sofort hin und das würde ich auch machen, sobald ihr die Ruhmstufe Brigant habt. Und wenn ihr hier angekommen seid, könnt ihr einfach zum dortigen Schiffsbauern gehen und euch den Blueprint kaufen für den Bomber. Wie gesagt, alle weiteren Schiffe bekommt ihr automatisch durch die Story, deswegen könnt ihr einfach die Hauptmission weiterspielen, könnt die Blueprints auch an verschiedenen Orten in der Welt kaufen. Zum Beispiel ganz am Anfang, kleiner Tipp, wenn ihr beim Heiligen Baum seid, könnt ihr euch ein Blueprint kaufen, schon für ganz am Anfang für ein defensives Schiff. Und zwar die Verteidigerklasse Holk gibt es dort zum Beispiel oder auch wenn ihr später in Niederländisch Indien seid, gibt es den zerstörten Leuchtturm und dort bekommt ihr auch einen, na wo haben wir es denn? Da habe ich ihn gefunden, zerstörter Leuchtturm, also wenn ihr den Weg schon auf euch genommen habt für Niederländisch Indien, dann könnt ihr hier unten beim zerstörten Leuchtturm euch nochmal ein Blueprint kaufen. Das ist übrigens auch die Hauptmission, die ihr später bekommt, wo ihr dann auch die Brigante bekommt, aber das könnt ihr dann schauen. Wichtig für euch ist, sobald ihr Brigant seid, der Ruhmstufe Brigant, holt euch den Bomber, weil das das erste mittelgroße Schiff ist, was richtig, richtig viel besser ist als eure normalen Schiffe. Und dann ganz am Ende gibt es irgendwann die Möglichkeit, dem Ruderclub beizutreten. Ich hoffe, ich spoilere hier keinen, aber ich denke, ihr werdet das Video schon abgeschaltet haben, wenn ihr hier keine Spoiler haben wollt. Und in diesem Ruderclub könnt ihr mit Achtermünzen das allerletzte Schiff kaufen und das wollte ich jetzt einmal mit euch zusammen machen. Hier in Pond Muets oder auch im Niederländisch Indien im Ruderclub könnt ihr dieses Schiff kaufen für 5000 Achtermünzen. Ich hoffe, ich habe noch genug. Ah, ich habe 4800, können wir leider gerade nicht zusammen kaufen. Aber wenn ihr hier runterscrollt, dann könnt ihr hier das allerletzte Schiff finden, die letzte Blueprint für 5000 Achterstücke. Müsst ihr dann selber entscheiden, ob ihr euch die holen wollt oder ob euch die Schnau oder die Brigante oder auch der Bomber streichen, weil der ist, abgesehen von dem Feuerangriff, nicht sehr viel besser oder schlechter als die anderen mittelgroßen Schiffe. Müsst ihr dann selber mal schauen, ob ihr den haben wollt oder halt einfach auch für die Sammlung, damit ihr alle habt. Das meiner Meinung nach beste Schiff ist die Brigantine, die ihr automatisch durch die Hauptmission bekommt als Quest-Gegenstand von Scurlock. Deswegen, falls ihr das Schiff hier haben wollt, dann müsst ihr auf jeden Fall die Hauptmission weiter machen und ist meiner Meinung nach das Beste, weil das halt 18 Knoten in der Geschwindigkeit schafft ist mit Abstand das schnellste Boot. Ja, schreibt mal gerne eure Meinung unten in die Kommentare zum Spiel, da bin ich sehr gespannt. Ich bin aktuell noch extrem hooked. Das Endgame entwickelt sich eigentlich nur zu einem Grind auf die besten Listen. Da habe ich euch ja gestern schon mal ein Video zu gemacht. Aber an sich bin ich sehr, sehr happy mit dem Game und verbringe aktuell echt viel Zeit, vor allem auch mit der PS Portal. Macht das Spiel hier extrem viel Spaß. Schreibt mir gerne eure Meinung unten in die Kommentare, würde mich sehr interessieren. Ansonsten würde mich sehr über einen Follow freuen, über einen Like auf dem Video und sage bis zum nächsten Mal Leute, haut rein.